Tausende Menschen haben in Budapest gegen die Einschränkung der Medienfreiheit in Ungarn protestiert. Sie zogen vom Gebäude der Redaktion des Internetportals Index.hu vor den Amtssitz von Ministerpräsident Viktor Orban. Die Eigentümer des Portals, Freunde von Orban, hatten zuvor die Entlassung des Chefredakteurs durchgesetzt. Da stecken politische Gründe dahinter. Index.hu kritisierte die Regierung und war der letzte Nachrichtenportal der Opposition. Wir müssen doch wenigstens ein Nachrichtenportal haben, das auch eine andere Meinung zulässt. Es darf nicht sein, dass alle Medien von der Regierung kontrolliert werden. Die Menschen riefen Demokratie und es reicht uns. Zu dem Protest aufgerufen hatte die Oppositionelle Liberale Partei Momentum.